Sagen Sie mal, das Publikum erwartet irgendwann mal eine Pause, ne? Ja, das kommt schon. Ich bin hier für die Pause zuständig, ausnahmsweise. Ja, aber das ist, wo haben Sie denn eine Uhr stecken? Weil ich habe ja bei mir, es ist ja sklavisch im Fernsehen. Und da gucken Sie ab und zu drauf? Mache ich, ja. Wenn Sie es nicht merken allerdings. Ich habe noch nichts gesehen, dass Sie da... Wenn Sie sich mal mit Ihrem Kopf drehen zum Publikum hin. Das nutze ich sofort aus. Also, in Wirklichkeit steht es auf einer Karte drauf. So, also, Sie sind dann aber schon während der Ausbildung zu Tele 5 gekommen und haben dort moderiert. Und zwar Mensch, Mädchen war das eine und Sexy Night das andere. Das möchten wir nur aber bitte wissen. Was war das eine und was war das andere? Ich glaube, es ist Pause, oder? Nein. Ich glaube, es war das andere.